Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für digitales Business, Online-Marketing und erfolgreiche Websites. Mein Name ist Sascha und in diesem Video zeige ich dir das Enfold-Theme von Krizi. Es geht allgemein darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, was es mit dem Theme auf sich hat, wie es sich bedienen lässt, wie man damit arbeitet und welche Features es bietet. Hier sind wir auf der Homepage des Anbieters, der offensichtlich aus Österreich kommt. Und das ist schon mal etwas ganz Besonderes, das ist einzigartig, denn die meisten, meisten Themes kommen tatsächlich aus dem englischsprachigen Bereich. Hier sehen wir es, der Anbieter hat tatsächlich ein deutsches oder deutschsprachiges Impressum. Es ist die Krizi Media GmbH und das lässt uns auf jeden Fall hoffen, dass wir hier auch entsprechend Support auf Deutsch bekommen. Das Enfold-Theme ist jetzt über sechs Jahre alt und berühmt und berüchtigt für seinen wunderbaren Support und vor allem für die Vielfalt der Features. Aber eines sticht immer wieder hervor. Ich habe mir nämlich diverse Tutorials durchgelesen und Videos angeschaut und dabei herausgefunden, dass die meisten Leute sagen, dass das Theme vor allem extrem zuverlässig ist. Die Landingpage bei Krizi.at ist tatsächlich relativ kurz gefasst und eine Sache sollte man hier vielleicht auch noch wissen, denn im Blog wurde zuletzt noch verkündet, dass sich der Anbieter jetzt voll und ganz auf das Enfold-Theme konzentriert. Er hatte vorher unterschiedliche Themes im Angebot, aber die sind teilweise in die Jahre geraten und das Unternehmen hatte keine Lust mehr, das weiter zu supporten. Und deswegen wird jetzt die gesamte Power, die gesamte Kraft auf dieses eine Theme gerichtet, sodass hier der Support so gut wie möglich ist. Und die Leute, die in den Genuss des Supports gekommen sind, die sind auch alle wirklich begeistert. Das kann ich aus der Recherche auf jeden Fall sagen. Ein bisschen über den Anbieter der Krizi. Das ist der Christian Krizi Buttschädel, ein WordPress-Urgestein. Wir sehen hier, das Team ist mittlerweile etwas größer. Es gehört definitiv noch nicht zu den allergrößten in der Branche, aber immerhin zwölf Team-Member und laut eigener Aussage über 240.000 zufriedene Kunden und 165.000 gelöste Support-Anfragen. Hier sehen wir es auch nochmal, Krizi bietet ein Premium-Theme an. Im Support-Bereich sehen wir auch, wie aktiv das Ganze ist und wir sehen hier auch, dass Enfold tatsächlich die allermeiste Interaktion hat. Auch die Facebook-Gruppe hat über 13.000 Abonnenten und da ist auch jede Menge los. Was die Demo-Websites betrifft, so haben wir zwei Haupt-Demos und dann auch noch nach Kategorien unterteilte andere Layout-Packs oder Demos. Es sind insgesamt 36, also 36 Stück konnte ich hier zählen. Das ist definitiv nicht so viel, wie einige andere anbieten. Also wir kennen ja beispielsweise das B-Theme mit seinen über 400 verschiedenen Layout-Packs und viele andere Anbieter haben auch mittlerweile eine dreistellige Zahl an Layouts. Worauf sich das Enfold-Theme konzentriert. Dennoch werden wir uns auf jeden Fall mal angucken, bei 1-2 Stück, wie die überhaupt installiert werden. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal ins Backend rüber. Ganz neu ist WordPress 5.3 aka Kirk rausgekommen. Das hier nur als Hintergrund-Info. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Enfold. Da sehen wir auch schon die Theme-Optionen von Enfold. Welche Version von Enfold ist im Einsatz? Dazu musste ich Design-Themes öffnen. Da haben wir Version 4.6.3.1. Ich habe auch gleich mal die Seite geöffnet, also die Startseite. So sieht das Enfold-Theme direkt nach der Installation aus. Hello World, hier ist noch nicht viel zu sehen. Das heißt, wir müssen mit dieser nackten Version anfangen oder vielleicht auch ein vorgefertigtes Layout installieren. Das könnten wir eigentlich jetzt als nächstes mal machen. Hierzu gehen wir dann in den Enfold-Einstellungen einfach mal weiter runter auf Demodaten importieren. Und hier können wir auch schon sehen, da gibt es verschiedene Demos, die wir importieren können. Und je nachdem, was es für eine Demo ist, gibt es auch empfohlene Plugins. Hier zum Beispiel handelt es sich um eine Shopping-Seite oder es kann zu einer Shopping-Seite erstellt werden oder zum Teil als Shopping-Seite fungieren. Deswegen ist WooCommerce empfohlen. Oder vielleicht auch BBPress, falls es ja eine Foren-Seite werden soll. Ich scrolle mal weiter runter und ich habe da auch schon ein Theme im Auge. Und zwar etwas weiter unten haben wir ein Gaming-Theme. Das fand ich eigentlich ganz nett und niedlich. Da gehen wir doch einfach mal drauf und klicken hier drauf zum Importieren. Stetigen. Okay, alright. Das hat geklappt und es hat ungefähr 30, 40 Sekunden gedauert. Und jetzt dürften wir auch, wenn wir zum Beispiel auf Seiten klicken und so weiter, definitiv Demo-Material importiert haben. Wir haben immerhin eine Home-Seite. Schauen wir uns doch mal an, wie die Startseite jetzt aussieht. Ich aktualisiere mal. Ja, das ist cool mit einem Video in der Mitte und animiert. Das sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Demo-Seite aus dem Gaming-Bereich hatten wir jetzt auch noch nicht. Hier gibt es einen Sailor, der nach oben läuft. Ja, also man sieht schon, layout-technisch ist das richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an meine Retro-Gamer-Zeiten, die schon leider längst vorbei sind. Gibt hier vor allem auch coole Effekte, wenn man mit der Maus über die Buttons geht. Klicken wir mal hier nach oben. Ja, wunderbar. Und gehen wir mal hier auf das Video. Oh ja, The Starcraft Universe CG Trailer. Okay, das ist also nur zu Demonstrationszwecken, damit wir aussehen oder damit wir sehen, wie das aussieht, wenn hier ein Video eingebunden ist. Ja, das ist wirklich hervorragend. Und jetzt wollen wir mal im Backend uns anschauen, wie wir diese Seite bearbeiten können. Insgesamt muss ich sagen, dass mir auffällt, dass hier die Menüpunkte nicht überfrachtet sind. Also es gibt hier einige Themes, die fügen so viele Punkte hier hinzu. Portfolios, Portfolio gibt es auch hier natürlich, das ist ja mittlerweile eingebaut. Aber es gibt ja auch noch so viele Themes, die hier, ja, weiß ich nicht, fast zehn weitere Unterpunkte hinzufügen. Das hat das Enfolded Theme jetzt nicht. Das ist also nicht mit Features überladen. Was für Leute von Vorteil ist, die es schätzen, wenn alles übersichtlich bleibt. Die importierte Website beschränkt sich im Prinzip auf diese eine Homepage, die wir auch einfach mal bearbeiten können. Ich habe also hier, also hier ist die Homepage, die wir eben durchgescrollt haben. Und wenn wir die Seite bearbeiten, dann sehen wir auch schon den Layout Architekten. So nennt er sich Avia Layout Architect. Das ist der Editor, den das Enfolded Theme verwendet. Wenn wir hier auf Standard Editor umschalten, dann sehen wir, dass alles Shortcode basiert ist. Also gehen wir mal wieder zurück auf den erweiterten Editor. Und dieser Editor, auch wenn er ein reiner Backend Editor ist, ist wirklich, ja, sehr flink, sehr einfach zu bedienen. Und er hat auch, also er lässt ein paar Einblicke zu in das, was tatsächlich auf der Seite eingebunden ist. Das ist auch nicht bei jedem Backend Editor so. Aber hier können wir grob sehen, was sich in den entsprechenden Elementen verbirgt. Es ist natürlich kein Frontend What-You-See-Is-What-You-Get Editor, was natürlich heutzutage so die präferierte Methode des Ausfüllens, des Editing ist. Damit müssen wir einfach Vorlieb nehmen bei dem Enfolded Theme. Das ist eben so und da müssen wir leider mit leben. Direkt ganz oben ist etwas mit dem Layer Slider eingebunden und zwar der Gaming Slider. Und wenn man hier drauf klickt, dann geht entsprechend diese Seite auf. Man kann das hier bearbeiten. Der Layer Slider ist eine ganz schön komplexe Software. Also hier kann man eine Menge mit machen. Man sieht es ja auch mit den ganzen Animationen. Wenn man dann hier auf Slide klickt, dann kann man dann auch ein Preview sich angucken, wie das Ganze aussehen wird und so wird das als Element entsprechend eingebunden. Also hier gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist etwas, da kann man unendlich lange mit rumspielen. Wenn diese Funktionalität, also dass du etwas animiert einbindest, für dich wichtig ist, dann würde ich dir empfehlen, da sich auch mal wirklich reinzufuchsen und das auf Herz und Nieren zu prüfen, dieses Plugin. Für die meisten Leute dürften dann die restlichen Content-Elemente interessant sein. Denn beispielsweise haben wir hier in der Mitte einfach einen Text bzw. eine spezielle Überschrift. Hier sehen wir den Inhalt und wie das so üblich ist bei diesen Plugins und speziell hier auch beim Enfold-Theme. Da gibt es dann die Möglichkeit, alles über verschiedene Felder entsprechend einzustellen. Also zentriert die Größe des Fonts und so weiter. Und wir gehen hier über Reiter und können dann entsprechend das Layout weiter beeinflussen. Okay, ich gehe einfach mal auf Speichern. Wir können hier weiter runtergehen. Die Spalten und Zeilen werden hier im Backend entsprechend über diese Kontrollelemente eingefügt. Und da kann ich eben entscheiden, ob das Ganze ein Viertel breit ist oder zum Beispiel ein Halb und zwei Viertel an der Seite. Und das Theme geht dann hin und bindet das Ganze responsiv ein, sodass das entsprechend auch auf den meisten Geräten korrekt angezeigt wird. Wenn wir dann entsprechend etwas einbinden wollen, das heißt, wenn wir das Layout festgelegt haben für die Zeile und für die Spalte, können wir verschiedene Inhaltselemente einbinden. Und ich finde hier besonders gut gelungen, dass die Inhaltselemente in zwei Kategorien aufgeteilt sind. Einmal die, die tatsächlich mit Inhalt zu tun haben, sprich Schrift und andere Sachen. Und dann die Medienelemente. Also hier sind Bilder und Videos und Audio und so weiter drin. Sogar die Google Maps. Ja, man könnte argumentieren, ist ja im Prinzip auch ein Bild. Und das finde ich eine ganz gut gemachte Lösung. Denn immer dann, wenn man versucht, mental auf ein Element zuzugreifen, dann weiß man ganz genau, okay, das kann im Prinzip nur auf der Seite sein oder auf der Seite. Je nachdem, was es für ein Element ist, was man denn da einfügen möchte. Wenn wir jetzt hier unten mal schauen, ich habe diese Zahlen, die hochgefahren werden, gefunden. Das sind animierte Ziffern. Also wenn ich jetzt mal hier draufklicke, dann kann ich hier oben sehen, das sind die animierten Ziffern. Und hier geht es bis 9500 hoch. Und entsprechend, natürlich fängt es bei 0 an. Und das wird dann entsprechend auf der Seite hier auch so angezeigt. Und ich habe mich gefragt, wie ich das denn jetzt einfüge. Bei einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor würde ich ja einfach auf der Stelle klicken und dann entsprechend mir ein Content-Element aussuchen. Und hier ist es so, dass wenn ich jetzt hier noch eins hinzufügen wollte, dann muss ich ganz nach oben gehen, das Element finden. Hier habe ich die animierten Ziffern. Und jetzt muss ich das anklicken und entsprechend per Drag & Drop hier runterziehen. Dann warten, bis das an diese Stelle gescrollt ist und dann entsprechend einfügen. Das dauert ein bisschen. So, und jetzt könnte ich es quasi, könnte ich es hier einfügen, mal fallen lassen. Und jetzt ist es hier unten eingebunden. Okay, ich muss natürlich dann vielleicht erst mal Platz schaffen, um das einzufügen. Und ja, ich weiß natürlich, ich kann auch hingehen und die Elemente einfach duplizieren. Aber ich möchte einfach nur darauf hinweisen, welche Nachteile potenziell so ein Backend-Editor hat bei der Bearbeitung. Und das ist halt etwas, damit muss man sich dann immer wieder herumschlagen. Aber ich möchte jetzt auch nicht immer weiter darauf rumreiten, denn wir haben ja hier auch keine andere Optionen und müssen uns einfach mit dem Backend-Editor vorlieb nehmen und einfach das Beste daraus machen. Also wenn ich an der Seite etwas ändern möchte, dann kann ich einfach hier runterscrollen und gucken, welches Element, beispielsweise ein Bild, klicken wir mal da drauf. Und hier kann ich sagen, ein anderes Bild einfügen. Beispielsweise nehmen wir das Raumschiff hier. Ja, in der Mediathek finden wir das Einfügen. Und jetzt habe ich das geändert. Dann kann ich noch alle möglichen Optionen abändern, wenn ich das denn möchte. Und entsprechend auf Speichern klicken. Und schon ist das andere Bild eingebunden. Wenn ich mir diese Änderungen jetzt angucken möchte, ja, kann ich entweder auf Vorschau klicken oder auch auf Aktualisieren. Muss dann natürlich auf der Seite selbst hingehen und hier einen Reload machen. Und dann entsprechend an die Stelle runterscrollen, der ich die Änderungen gemacht habe. Hier habe ich den kleinen Fehler eingebaut von eben. Nicht weiter schlimm, aber hier ist das Raumschiff von mir. Und ja, das hat geklappt. Warum nicht einfach nochmal eine neue Demoseite importieren? Wir haben ja noch ein bisschen Auswahl. Fotografie, da sind viele Bilder drin. Das ist mit Sicherheit cool. Also klicke ich einfach mal hier auf zum Importieren klicken und bin jetzt gespannt, was passiert. Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Startseite aussieht und ob er die Startseite geändert hat. Das ist also die neue Startseite. Ich aktualisiere die mal, dass man auch sehen kann, dass es hier ja Effekte gibt. Das sieht schon mal sehr schön aus. Allerdings, wenn ich die Seite Home öffne, dann ist das immer noch die Seite, die ich zuvor installiert habe. Hier wurde also nichts überschrieben, sondern einfach beibehalten. Okay, muss man einfach wissen. Das bedeutet, wenn man diverse Demoseiten importiert, ja, dann überschneidet sich das alles. Ist vielleicht nicht die sauberste Lösung, aber so wissen wir wenigstens Bescheid. Ich klicke einfach mal hier auf das Bild drauf. Das ist ja ein Fotografie-Portfolio und dann kann ich entsprechend mir die verschiedenen Bilder angucken. Ja, das ist sehr schön sauber gemacht mit einem Dark Theme. Die Bilder sind von unterschiedlicher Größe. Ich klicke jetzt einfach mal durch die restlichen Seiten hindurch. Simple Page, die war vorher schon drin. Schauen wir mal, ob was im Blog drin ist diesmal. Ja, hier ist tatsächlich eine Fotoreise nach Bagdad und so sieht dann entsprechend ein kleiner, kleiner Blogbeitrag aus. Und wir haben hier auch noch ein bisschen eine kleine Galerie, sehe ich hier gerade. Na, das Beispiel auch ganz nett. Hier ist also eine Galerie, die in einen Blogpost eingebettet ist. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Auch gut zu wissen, dass das funktioniert. Wunderbar. Und dann haben wir noch die About-Seite. Die About-Seite bezieht sich also auch auf die Fotografie-Demo und die Kontaktseite hat ein Kontaktformular und entsprechend eine Einbindung über Google Maps, die aktuell natürlich noch nicht richtig funktioniert. Die muss ja erstmal entsprechend eingestellt werden. So, wieder zurück in das Dashboard. Auch wenn wir Beiträge erstellen, haben wir immerhin Zugriff auf den Layout-Editor. Und das ist auch gut zu wissen. Ich möchte hier einfach mal anhand dieses Beispiels zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Also, wenn wir eine neue Seite oder einen neuen Beitrag erstellen, dann bietet es sich an, vielleicht erstmal eine Farbsektion. So nennt sich das hier. Ist aber im Prinzip nichts anderes als eine Sektion, in die man alles andere einfügen kann. Hier einfach drauf zu klicken. Und hier in dieser Sektion kann ich jetzt entscheiden, ob ich eine einzelne Spalte oder auch eine Viertelspalte und so weiter oder vier Spalten einfügen möchte. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann wird das direkt darunter angezeigt. Also, ich kann entweder per Drag & Drop das hier hinziehen oder auch das Element, wenn sich das hier befindet, einfach anfassen und dann entsprechend hier oben fallen lassen. So habe ich also auch in meinem Blogpost die maximale Kontrolle. Ja, ein Blogpost, das würde ja anfangen mit einem, sagen wir mal, mit einer speziellen Überschrift. Die füge ich jetzt hier ein und ziehe sie einfach mal da rein. Ich muss hier oben an der Leiste anfassen oder wir füllen sie einfach mal aus. Wir haben hier eine nette Überschrift, also Speichern. Und die müssen wir dann auch noch einmal anfassen und hier reinfallen lassen. Und darunter möchte ich vielleicht dann weiteren Text einfügen. Jetzt mache ich mal Drag & Drop, lasse das hier unten fallen und hier kann ich jetzt entsprechend einen Paragrafen einfügen. Ich habe jetzt der Einfachheit halber einfach mal den Text dupliziert und hier entsprechend eingefügt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze, da machen wir vielleicht auch noch ein Bild rein. Das wäre vielleicht auch noch eine nette Sache. Hier ein Medien-Element hinzufügen und dann ein Bild. Und ich lasse das Bild einfach mal unter den Text fallen und wähle einfach mal ein Bild aus der Mediathek aus. Hier draufklicken und dann Mediathek. Und entsprechend, was nehmen wir denn da für ein schönes Bild? Wie wär's? Ah, das ist doch wunderbar. Okay, machen wir das auch noch mal so groß es geht. Einfügen, speichern. Jetzt haben wir das Bild hier unten drunter. So, ich speichere das Ganze mal und klicke auf Vorschau und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze auf der Seite aussieht. Ja, das ist ja schon mal ganz nett. Wenn du noch weitere Demos installieren möchtest, dann empfiehlt es sich, und so war es bei mir, dass man noch mal von vorne anfängt. Und das macht man am einfachsten mit diesem WordPress Reset. Und zwar ist es das, was dieses Theme hier empfiehlt, von diesem Aristides Statopoulos. Und ja, also nach der Installation hat man unter Plugins dann unter installierte Plugins besprechend den Reset. Den muss man dann aktivieren. Nach dem Aktivieren kann man unter Enfold auf Reset Zeit klicken. Da muss man hier Reset eintragen, zurücksetzen und bestätigen. Und jetzt hat man wieder ein frisch installiertes WordPress. Da ist noch nicht mal Enfold aktiv, aber das Theme ist noch installiert. Das heißt, ich kann auf Design klicken und bei Enfold auf Aktivieren. Und jetzt ist Enfold auch wieder aktiviert. Und ich kann quasi wieder mit dem nackten Enfold anfangen. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, bin ich wieder da, wo es mal losgegangen ist. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie vielfältig Enfold einsetzbar ist, muss man sich wirklich eines der Standard-Demos installieren oder vielmehr die Daten importieren. Also gehen wir nochmal auf Enfold und scrollen ganz runter. Und hier haben wir dann bei Demodaten importieren die Möglichkeit, entweder die Standard-Demo zu importieren oder das Enfold 2017. Dafür ist auch WooCommerce und so weiter empfohlen. Das ist einfach deswegen, weil hier wirklich alles an Funktionalität reingeladen wird, was man sich vorstellen kann, was das Theme kann. Deswegen klicke ich mal hier drauf und bestätige. Das hat funktioniert nach ungefähr 30 bis 40 Sekunden. Wenn ich jetzt auf Enfold hier oben klicke, dann geht es auf die Startseite. Und hier sehen wir, dass alles wirklich voll ist mit Funktionen. Ich hatte kein Glück bisher damit, das Ganze so angezeigt zu bekommen, dass es irgendwie funktioniert. Also ich habe das Gefühl, die Demo-Version, das Demo-Layout, der Demo-Import, der hat nicht wirklich gut geklappt. Oder da ist irgendwas im Argen. Vielleicht hat das mit der neuen WordPress-Version zu tun. Das kann gut sein. Deswegen möchte ich mal dem Hersteller jetzt hier keine Vorwürfe machen oder so. Ich kann jedenfalls hier jetzt die verschiedenen Homepage-Versionen öffnen. Ich mache mal welche davon auf. Jetzt nicht alle, sagen wir mal drei Stück. Und lasse die mal laden im Hintergrund. Und jetzt sehen wir, dass hier verschiedene Boxen und so weiter reingeladen werden, die ich mir angucken kann, je nachdem, wie ich das eventuell brauche. Das sieht auch wiederum anders aus, wie man schön sehen kann. Das sieht auch wiederum anders aus, wie man schön sehen kann. Und hier werden eben alle möglichen Funktionen, die es so gibt, das Block-Portfolio, zum Beispiel der Masonry-Block. Das heißt, die Kacheln werden halt ineinander geschachtelt angezeigt, je nachdem, wie groß eine Kachel ist. Ja, alles ist eng beieinander. Und gucken wir mal die Shortcodes. Da ist jeweils eine Seite für erstellt. Beispielsweise Gallery. Hier sind die verschiedenen Galerien. Da kann ich mal draufklicken und in der Tat mir schöne Bilder angucken. Wunderbar. Noch eine Home-Seite, Version 9. Videos und Parallax. Ich vermute mal, dass dieses Menü, was hier angezeigt wird, oder die Menüpunkte, eigentlich in ein Klappmenü gehören und dass das aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat. Aber ich habe tatsächlich versucht, die Demo-Version oder die Demo-Seite viermal, glaube ich, reinzuladen. Und der Fehler tritt immer wieder auf. Deswegen, da ist wahrscheinlich aufgrund der neuen WordPress-Version was im Argen. So, jetzt haben wir hier Videoslides tatsächlich. Ja, das funktioniert alles wunderbar. Nur damit du auch siehst, dass Enfold tatsächlich nicht nur aus Ein-Seiten-Vorlagen besteht, sondern die Basis-Demos, die man hier installieren kann, die sind wirklich extrem umfangreich von der Funktionalität und demonstrieren, was der Editor im Hintergrund tatsächlich alles kann. Und nach der Installation dieser Haupt-Demos gibt es auch eine ganze Reihe von Seiten. Das sieht man hier. Blog, die Übersichten und verschiedene Homepages, die ganzen Versionen und auch bei den Beiträgen gibt es eine ganze Menge an Unterseiten oder auch an Beiträgen. Also auf jeden Fall genügend Auswahl für dich zum Rumspielen und zum Ausprobieren. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal durch ein paar von den Optionen hier durchgehen. Die Theme-Optionen und die allgemeinen Einstellungen bei Enfold. Das ist auch sehr übersichtlich gemacht. Hier haben wir die Theme-Option. Wir könnten einfach mal ein eigenes Logo vielleicht hochladen. So, da habe ich mal ein eigenes Logo hochgeladen. Und das ist jetzt auch mal eingestellt, wenn ich jetzt auf Save Changes klicke und dann hier aktualisiere, dann dürfte das Logo auch an dieser Stelle angezeigt werden. Der Übersichtshalber könnte ich einfach mal ein paar von den Menüpunkten entfernen. Das machen wir mal unter Design Menüs. Ja, und probieren wir einfach mal, was passiert, wenn ich hier die verschiedenen Menüpunkte entferne. Ich entferne einfach mal die hier ab, Punkt 2. Wow, das ist ganz schön in Arbeit ausgeartet. Aber mal schauen. Ich speichere das Menü. Und vor allem, wenn ich hier unten noch das Enfold Hauptmenü aktiviere, das hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier nur noch ganz wenige Punkte haben. Und das Ganze geht auch richtig auf Portfolio, Home. Hier haben wir jetzt nur diesen einen Punkt. So, das war anscheinend das einzige Problem, was ich jetzt hier hatte, nämlich dass das Enfold Hauptmenü noch nicht aktiviert war. Denn dann funktioniert es auch tatsächlich mit der Anzeige richtig. Also ein klitzekleiner Fehler, den das Team vielleicht von vornherein hätte ausschließen können. Aber das war die Lösung. Ja, also das sieht jetzt natürlich auch sehr cool aus. Also gehen wir nochmal jetzt zurück in das Enfold Menü. Und hier können wir uns nochmal angucken, was alles möglich ist. Also was soll auf der Startseite angezeigt werden? Dann eben die Homepage oder die Seite Homepage. Im Blog dann das Blog. Und das Logo habe ich ja schon geändert. Auf Icons können wir hochladen. Ein Wartungsmodus gibt es auch. Und hier kann man sehen, welcher Editor benutzt werden soll. Allgemeine Layout-Einstellungen. Hier ist, was jetzt wo angezeigt werden soll. Allgemeines Styling. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Hier kann man draufklicken und dann auch direkt sehen, was sich unten ändert oder wie das dann auf der Seite aussehen würde. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich dieses White-Black aktiviere. Wir haben jetzt dieses Layout. Wenn ich es aktualisiere, dann hat sich nicht allzu viel verändert. Mal schauen, ob wir was anderes nehmen können. Elegent Red. Ja, mit diesem eleganten Font. Save all changes. Aktualisieren. Und in der Tat, jetzt haben wir hier unten diesen Font, den man kaum lesen kann. Crazy cool. Ich kann es gar nicht weiter lesen. Okay, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich kann also hier das unabhängig von der gewählten Demo auch noch verschiedene Stile anklicken. Zum Beispiel Flower Green. Das gefällt mir schon viel besser. Ich klicke mal auf Save all changes und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, umso besser. Also wie du siehst, man kann hier eine Menge rumspielen und sich den Stil zusammenstellen, den man eben haben möchte. auch individuelle Farben entsprechend übernehmen. Das ist auch kein Problem. Unter erweitertes Styling gibt es dann noch die Möglichkeit, für verschiedene Elemente entsprechende Stile zu definieren. Das Hauptmenü kann man hier sehr umfangreich einstellen. Ganz, ganz wichtig für Themes ist, dass Header und Footer natürlich individuell eingestellt werden können. Und hier haben wir dann auch zum Beispiel die Möglichkeit Logo links, Menü rechts. Dann machen wir doch einfach mal umgekehrt. Logo rechts, Menü links. Abspeichern, auf die Seite gehen, aktualisieren und in der Tat funktioniert gut. Und was können wir noch machen? Einstellungen für die Sidebar. Das ist das Ding, was auf der rechten Seite angezeigt wird. Wenn denn eine Sidebar angezeigt wird. Hier auf der Seite ist jetzt keine sichtbar. Das sind nicht wirklich Sidebars hier. Also schauen wir mal, was gibt es noch? Die Einstellung für den Footer natürlich. Einen Layout-Ersteller gibt es. Der scheint für den Endbenutzer aber jetzt nicht so interessant zu sein. Mehr für Developer, so wie es aussieht. Im Bereich Blocklayout kann ich definieren, wie etwas aussieht. Und falls dir noch nicht aufgefallen ist, ich muss sagen, bei Enfold ist es wirklich so, es ist alles schon sehr übersichtlich. Spartanisch würde ich fast schon sagen. Im Backend auf jeden Fall. Was mir persönlich ganz gut gefällt, denn es heißt auch, dass es relativ übersichtlich ist. Und es ist vor allem auch extrem gut dokumentiert, weil erstens, es ist alles auf Deutsch oder so gut wie alles auf Deutsch. und die Erklärungen, die daneben stehen und so weiter, die sind auch, ja, die sind einfach deutlich besser, als man das von den meisten englischsprachigen Layouts gewohnt ist. Wobei nicht alles komplett übersetzt ist, ja, obwohl wir hier ein deutsches Team im Hintergrund haben. Hallo? Es ist auf jeden Fall so viel übersetzt, dass man damit sehr gut zurechtkommt, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Englisch als eigene Stärke ausweisen könnte. Im Bereich Social-Media-Profile hätte ich da natürlich, ja, da kann ich alles hinterlegen, mein Facebook, mein Twitter und so weiter. Leistung dürfte wohl zum Optimieren der Performance sein, gehe ich mal von aus. Und Datenschutz und Cookies ist klar, Newsletter, ich denke, die restlichen Punkte können wir uns sparen. Das wird Google Maps sein und so weiter. Importieren, exportieren geht auch. Und bei Update ist wahrscheinlich meine Seriennummer zu sehen, deswegen klicke ich da nicht drauf. So, und das war es im Prinzip für das Enfold-Theme. Ich denke, der riesige, riesige Vorteil ist das, und das habe ich auch verifiziert, man eben hier beim Enfold-Theme Support kriegen kann, der auf Deutsch ist. Und das ist etwas, das ist echter Seltenheitswert. Die meisten Theme-Hersteller sind eben englischsprachige Unternehmen und da gibt es in der Regel vielleicht Übersetzungen, so ähnlich wie hier in der Oberfläche und vielleicht auch manchmal in der Dokumentation, wobei das eher weniger. Dann gibt es ja auch ganz oft Videotutorials und so weiter, die sind auch alle auf Englisch. Hier hat man aber wenigstens den Vorteil, dass man tatsächlich mit jemandem auf Deutsch reden kann. Das ist, wenn für dich Englisch ein Schreckgespenst ist, dann ist Enfold fast schon so die einzige Option, die du wirklich hast. Leider, leider, leider gibt es nur einen Backend-Editor. Wir gehen mal hier auf die Beispielseite. Dieser Backend-Editor ist wirklich schnell zu bedienen, muss ich sagen. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Features hierfür. Klicken wir mal bei der Beispielseite auf den erweiterten Layout-Editor. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, es ist nur der Text hier drin. Okay, das ist auch zu erwarten gewesen. Ansonsten muss man sagen, der kann auch alles, was letztendlich ein Frontend-Editor kann. Man muss halt immer nur hier eine Änderung vollziehen und dann auf die Seite wechseln, dort aktualisieren und gucken, was draus geworden ist. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Aber wenn man einmal dran gewöhnt ist, kann man auch so sehr schnell arbeiten. Enfold ist definitiv sehr zu empfehlen. Man kann mit dem Theme kaum etwas falsch machen. Ansonsten hätte es wohl kaum über 200.000 Kunden und Weltklasse-Support, über den also jeder wirklich völlig begeistert ist. Ich habe das auch nochmal verifiziert. Also es ist auch heute noch so, dass jeden Tag fünf Sterne-Kommentare reinkommen über die Begeisterung bezüglich des Supports. Also hier scheint der Hersteller wirklich 1a zu sein. Okay, das war's von mir. Zum Schluss noch ein paar Hinweise darüber, wie du das Theme am besten erwirbst. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im SearchOne Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out.